servus leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal ja wir sind heute im bikepark land gries oder ich bin im bikepark land gries in bayern und ich bin beim corby zu besuch den kennt ihr schon aus paar ober ammergau videos und so da waren wir schon mal bei dem heute war der nico und der david dabei den nico kennt ihr aus vielen videos der david war noch nie hier dabei dessen kumpel vom corby und wir waren heute hier im bikepark land gries der lift steht mittlerweile die sonne geht da im hintergrund irgendwo bald unter waren richtig geiler tag hier hat richtig bock gemacht richtig viele jumps und ja für euch geht es jetzt los ihr seht einfach so bis wir ein mashup sage ich jetzt mal von dem tag heute park opro clips auch von den anderen jungs die haben auch eine gopro dabei gehabt und da werde ich auch paar sachen reinschneiden und ja mega cooler park und wenn ihr springe üben wollt dann seid ihr hier auf jeden fall richtig jetzt eigentlich fast nur jump lines die downhill strecke auf der anderen seite vom hang die ist ein bisschen technischer also mehr wurzeliger und so aber das sind auch relativ viele springe auf der wiese am ende drin aber sonst habt ihr eigentlich fast ausschließlich nur jump line also wenn ihr springe üben wollt dann seid ihr hier auf jeden fall richtig und genau jetzt geht es auf jeden fall los mit dem video und ich wünsche euch wie immer viel spaß haut rein let's go oh ich brauche mehr luft im weichen ich brauche mehr luft im weichen wenn du bist nach den ich beahre du bist du bist wuchen du bist Eww Wo gehts hier lang? Was ist das Ding, Alter? Alter! Achtung, Steve! Wo lang? Keine Ahnung! Ohohoho! 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 Woooo! Ohohoho! Ohohohoho! Ohohoho! Herr David Hosenbaum. Ja. Bisschen Asylalanin pumpen noch, dann gehts wieder. Aha, jetzt fahrt Schurbuhl. Fortschritte! Fortschritte! full in расpezった. Sieht wieder runter! Alter! Alter geil! Da war ja noch so gut! Oh, fresh! Oh, fresh! Alles gut! Alles gut! Ja! Alter, Spider, ey! Wuhuuu! Oh, cool! Wuhuuu! 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 Alter, seid ihr geilst! Super, ey! Da haben wir den Rücken gezeigt, Alter! Da bin ich gerade vorübergegessen! Ja! Ja, Leute! Das war's von dem Video! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Richtig cooler Tag hier im Bikepark! Richtig gutes Wetter! Es war richtig warm! Ja, hat mega Bock gemacht! Ich melde mich nochmal auf dem gleichen Spot, wie ihr das Intro schon gesehen habt! Ihr kennt das ja! Ich drehe immer meine Intros meistens erst am Ende vom Tag! Und ja, ganz besondere Grüße gehen raus an Corby! Der liebt nämlich meine Intros! Und ich habe dich auch ganz aktiv! Und ja, genau! Grüße an denen! Vielen Dank auch an denen, dass wir hier ein paar Tage sein können! Ein paar Tage fahren können! Richtig geil! Checkt ihr mal auf Instagram aus! Ich blende es mal ein! Ich bin Ed Corby Hölzl! Richtig geil! Richtig gut! Und ja, genau! Das war's von dem Video! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Wie immer! Und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!